Markus Lanz hat gestern das größte Desaster seiner Karriere erlebt, was die Auswahl seiner Gäste angeht. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und wir müssen unbedingt über diese gestrige Sendung reden. Ich wollte erst wütend den Laptop zuschlagen. Und dann habe ich mir aber gedacht, nein, wir müssen unbedingt diese Doppelmoral hier aufzeigen. Und wir müssen auch vor allem diese völlige Inkompetenz offenbaren, die dort in der Sendung gestern herrschte. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und es ging natürlich als erstes um die US-Wahlen gestern. Und es gibt so viele einzelne Themen, die ich jetzt hier ansprechen muss. Deswegen springe ich direkt hier gleich rein und möchte erst mal die Kompetenz des Elmar Thewissen hier deutlich hinterfragen, der gestern in der Lanz-Sendung die Umfragen und so thematisierte zusammen mit Lanz, obwohl bereits 58 Millionen US-Amerikaner gewählt haben. Schaut euch mal ganz kurz das hier an. Es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Um mal genauer hingucken, da geht es ja in erster Linie dann um die Swing States, da wo es so mega knapp ist. Und da ist es tatsächlich so, dass in den sieben Swing States eigentlich die beiden gleich aufliegen. Also es liegt im Bereich der Fehlerquote. Und deswegen kann keiner sagen, wie es nächste Woche ausgeht. Gerade hat CNN eine neue Umfrage veröffentlicht. Das sieht erst mal deutlicher aus. In den Swing States Michigan, Wisconsin läge sie um, ich glaube es waren sechs Prozentpunkte vorne. Allerdings muss man auch wieder dann schauen. Es sind nur 700 Leute, sieben bis 800 Leute befragt worden. Und die Fehlerquote liegt bei fünf Prozent. Also diese Umfragen, die erzeugen ein schräges Bild. Und keiner weiß wirklich, in welche Richtung das nächste Woche tendiert. Also, da sagt es ja sogar selber, diese Umfragen aktuell erzeugen ein schräges Bild. Dann erwähnt es CNS, NBC oder CNN mit einer weiteren Umfrage. Sag mal, weiß der Typ, der hier bei Markus Lanz auch regelmäßig als Profi tatsächlich, Zitat, ja, vorgestellt und bezeichnet wird, dass bereits 58 Millionen US-Amerikaner tatsächlich gewählt haben? Und diese Nachrichten sind doch auch schon online hier bei NBC News beispielsweise. Da kann man sich überall die Ergebnisse aktuell anschauen. Und zwar aus den Brieffahlen und eben den Early-In-Person-Votes. Also in Amerika können ja in einigen Staaten die Menschen schon ins Wahllokal gehen und dort wählen. Also physisch auftauchen und wählen. Und eben auch Mail-In. Und da sehen wir doch die Ergebnisse schon. Aktuell sieht es so aus. Hier, ihr seht es, 41 Prozent registrierte Demokraten. 40 Prozent registrierte Republikaner und 19 Prozent Independents, ja, haben hier gewählt von 58 Millionen 390.685. Wenn wir uns das Ganze nochmal in den Swing States anschauen, also in den Staaten, die sehr stark umkämpft sind, dann sehen wir aktuell liegt hier Trump in vier vorne und Harris in drei. Also einmal in Arizona, in Nevada liegt Trump vorne, in North Carolina, in Georgia liegt Trump vorne, in Wisconsin, Michigan und Pennsylvania liegt Harris vorne. Was jetzt die Beurteilung dieser Wahlen und so weiter angeht, ist es so, dass es aktuell erstaunlich gut für die Republikaner und für Trump aussieht, wenn man das mit 2020 vergleicht, weil eben Trump in der Vergangenheit immer wieder seine Wähler ermuntert hat und ermahnt hat, sie sollten unbedingt am Election Day physisch selbst eben in die Wahllokale gehen, wohingegen die Demokraten sehr häufig eben auch aggressiv dafür geworben haben, vorzeitig auch die Möglichkeit zu nutzen, eben zu wählen. Und von daher, wenn man jetzt zum Beispiel das auf die heutige Zeit projiziert, könnte man annehmen, dass das schon ein ziemlich gutes Ergebnis bisher für die Republikaner ist. Wenn ihr mal eine richtig kompetente Wahlanalyse sehen wollt, dann geht wirklich zu den eigentlichen Experten, wie hier von Race Report beispielsweise, die um ein Zehnfaches detaillierter da reingehen, als man es hier beim ZDF tut. Und jetzt müssen wir direkt beim nächsten Punkt hier einsteigen und zwar beim Thema Wahlkampf. Auch hier, da geht es um eine Szene, wo eben Kamala Harris zusammen mit einer anderen Dame Bier trinkt und darüber spricht, dass sie mehr bei männlichen Wählergruppen punkten müssen. Und schaut mal, wie es Elmar Thewissen schafft, in einem einzigen Satz erst zu sagen, das wirkt unglaublich natürlich und authentisch und gleichzeitig sagt, es ist aber alles inszeniert. Das kannst du dir wirklich nicht mehr ausdenken. Wie auch immer ist es schön, Sie zu sehen. Wie ist das angekommen im Land? Ich meine, erstens eine sehr ehrliche, weil unbedachte Analyse und zweitens dann ganz offen einfach mal Scheiße zu sagen. Wie funktioniert das in Amerika? Das funktioniert gut, weil Donald Trump die Standards gesenkt hat, aber am Ende sieht man hier ja auch mal sie in einer ganz natürlichen Situation. Sie wirkt authentisch und ehrlicherweise, ich glaube eigentlich keine Sekunde daran, dass das nicht auch ein Stück weit Absicht war. Ach so, also es wirkt unglaublich natürlich und authentisch, aber gleichzeitig glaubt er, dass das Ganze inszeniert war und Absicht war. Hm, sehr interessant, Herr Thewesen. Hey, weil man eben den Finger auf das Problem legen kann und das ist ja sowas von in den Zeitungen und überall in den Medien gewesen, jeder weiß es eigentlich. Übrigens auch das mit dem McDonalds-Auftritt war total inszeniert. Das Ding hatte geschlossen, die McDonalds-Filiale und dann stand Donald Trump da und jeder, der ans Fenster fuhr, der war vorher vom Secret Service handverlesen, der bekam auch kostenlos das Essen da, also komplett inszeniert. Es ist wirklich so peinlich, was der hier sagt, als ob irgendjemand auch nur ansatzweise jemals gedacht hätte, dass es eben nicht inszeniert wäre bei Donald Trump, der bei McDonalds war. Ich meine, man muss sich mal vorstellen, auf diesen Präsidenten wurde jetzt zweimal, einmal aktiv wurde geschossen, ja, Cyber-Ohr wurde ihm hier abgetrennt dabei und dann gab es einen weiteren Attentatsversuch, da ist es doch völlig klar, dass er im Wahlkampf nicht einfach so in den McDonalds reinläuft, wo ganz normal die Leute gerade ihr Essen kaufen und dann an den Autos das Essen ranliefert. Es ist doch völlig logisch, dass der Secret Service das vorher prüft und so. Und das wirkt dann laut Thewissen alles ganz inszeniert im Wahlkampf, aber klar, Harris wirkt ganz natürlich und authentisch, wahrscheinlich auch mit diesem Anruf, den sie dann von Obama bekommen hat, dass er sie jetzt endoss, das war ja auch alles ganz natürlich und authentisch, wenn wir wahrscheinlich Thewissen fragen. Und gleichzeitig glaubt er aber, dass das alles ganz bewusst von ihr so inszeniert wurde. Also herzlichen Glückwunsch, diese mentale Akrobatik muss man erstmal hinbekommen, die hier ein Thewissen hat. Doch jetzt gehen wir mal an die ernsten Themen ran. Und zwar geht es dann wieder um den rauen Ton im Wahlkampf. Das Interessante ist, ja, dass wie gesagt auf Trump ein Attentat verübt wurde. Das haben die irgendwie scheinbar bisher jetzt völlig vergessen. Und jetzt geht es um den rauen Ton und es werden aber nur Beispiele von Trump eingeblendet hier von Lanz. Jetzt schauen wir mal ganz kurz rein, ein kleiner Auszug an Beleidigungen der letzten Tage und Wochen. Ich habe das Recht, sie persönlich anzugreifen. Ich habe nicht viel Respekt vor ihr und ihrer Intelligenz. Sie wäre eine furchtbare Präsidentin. Wir können dich nicht ausstehen. Und du bist eine beschissene Vizepräsidentin, die Schlimmste. Joe Biden war mit der Zeit geistig beeinträchtigt, was Trauriges. Aber Kamala Harris, ehrlicherweise glaube ich, sie wurde so geboren. Sie ist für das Amt ungeeignet, jeder weiß es. Niemand respektiert sie. Niemand vertraut sie. So, jetzt sprühe ich mal ein bisschen vor. Siehst du, also man bringt nur die Beispiele von Trump, aber nicht ein einziges von der Gegenseite. Und jetzt müssen wir das natürlich als vierte Gewalt wieder tun. Hier, schaut euch zum Beispiel mal an, was vor einigen Tagen Joe Biden über Trump-Supporter gesagt hat. Also, den einzigen Müll, den ich hier herumfließen sehe, sind sozusagen die Supporter von Donald Trump. Da hat einfach Biden die Trump-Wähler als Müll bezeichnet. Und wir haben es live auf Video, da brauchen wir das auch nicht in der Presse hier wieder versuchen, falsch darzustellen. Ja, so peinlich. Und Trump hat das natürlich direkt wieder genutzt und hat einfach hier sich von einem Garbage-Truck abholen lassen und hat sogar dann eine ganze Wahlkampfrede hier in so einer Warnweste gehalten. Und jetzt müssen wir mal aber wirklich einen Zusammenschnitt uns anschauen. Ihr werdet das weder beim Spiegel, weder beim ZDF, erst recht nicht bei Herr Thewissen und Lanz, auch nicht in der ARD, werdet ihr diese ganzen Sachen und so weiter sehen. Weil vor dem Attentatversuch auf Trump hat sogar Joe Biden damals gesagt, we have to put Trump in the bull's eye. Ja? So, und jetzt schaut euch mal einfach einen kleinen Zusammenschnitt an von Sachen, die damals von den lupenreinen Demokraten hier gegenüber Trump und seinen Wählern immer und immer wieder geäußert wurden. Haltet euch fest. Also, ne, Joe Biden, ja, er würde ihn am liebsten hinter die, hinter das Gym, also hinter die Turnhalle nehmen und beat the hell out of him, also ihn komplett zusammenschlagen. Das ist die Rhetorik eines Joe Biden. Oh, I can take him behind the gym. I will go and take Trump out tonight. Take him out now. Take him out. The last time an actor assassinated the president. They're still gonna have to go out and put a bullet in Donald Trump. Show me where it says. They have to put a bullet in Trump. The protesters are supposed to be polite and peaceful. And you just got one there. And you tell them, they're not welcome anymore, any black. I have thought an awful lot about blowing up the white house. Ja, also Madonna will sogar das ganze weiße Haus in die Luft sprengen, als damals Trump Präsident war, ja. Please, get up in the face of some congresspeople. People will do what they do. I want to tell you, for such, I want to tell you, Kavanaugh, you have released the whirlwind and you will pay the price. We're going to go in there, we're going to... This is just a warning to you Trumpers. Be careful. Walk lightly. And for those of you, who are soldiers, make them pay. If you had to be stuck in an elevator with either President Trump, Mike Pence or Jeff Sessions, who would it be? Does one of us have to come out alive? Tja, und dann zum Abschluss nochmal Kamala Harris, ne, all funny jokes, ne. Und ja, wenn sie das sagt, dann ist das natürlich alles in Ordnung und alles top. Und wenn die ganzen Democrats sagen, ja, wir wollen ihn hinter, äh, hinter die Ecke bringen, da hinter das Gym und ihn zusammenschlagen oder ihn im Bullet sozusagen, äh, verabreichen und so und dann wird tatsächlich ein Attentat auf ihn verübt, ja, dann ist das alles ein paar Monate später irgendwie nicht mehr so wirklich Thema, ja. Stattdessen konzentriert man sich wieder die ganze Zeit auf irgendwie Trump und was er alles so Böses gemacht hat und dass er die Demokratie in Gefahr bringt und dass er ja angeblich Hitler sei und so weiter, ja. Und, komischerweise, auf diesen Widerspruch dann auch, dass, wie kann es denn sein, dass Trump, gerade wenn er irgendwie mit Hitler vergleichen wird, so viele Unterstützer hat bei Hispanic Wählern, bei Schwarzen Wählern, bei jüdischen Wählern und so weiter. Da gibt's jetzt übrigens auch schon eine ganz neue Theorie bei den Öffentlich-Rechtlichen. Hört euch mal diese Theorie jetzt an. Vor allem an den kulturellen und an den gesellschaftlichen Wurzeln dieser Gruppen. Wir sprechen über Latinos, über Schwarze, über Indigene und über arabische Communities und das sind welche, in denen eben traditionell der Mann das Sagen hat. Und es scheint so zu sein, dass jetzt viele Männer eben ein Problem damit haben, eine Frau ins höchste Amt zu wählen. Ah, genau, verstehe. Das ist jetzt auf einmal der Grund dafür. Lustig, wie sich das Narrativ auf einmal geändert hat. Also, so peinlich. Also, ich würde mal sagen, dieses Statement, was Dieter da gerade abgegeben hat, das würde ich mal sagen, einfach so komplette Bevölkerungsgruppen so darzustellen nach dem Motto, da ist ja ein männlich geprägtes Bild und so weiter. Das ist der Anfang von Rassismus hier an dieser Stelle. Und jetzt gehen wir aber noch weiter, Leute. Es wird nämlich noch besser. Weil dann geht's nämlich auch noch ein bisschen um das Thema Deep State und Enemies Within und so. Hier wird ja immer gesagt, das sind ja alles bloß Verschwörungstheorien, auch wenn Trump das anspricht. Da geht Markus Lanz auch nochmal ganz kurz drauf ein. Und da hat auch ein Lanz in seinem ganzen Leben noch nie mal wirklich recherchiert. Ich bezweifle, ich meine, Lanz hat damals noch nicht mal gewusst, dass es ein Parteiprogramm von der AfD gibt, ja, als er mit Lanz den, äh, mit Precht den Podcast gemacht hat, ja. Also hier muss man wirklich sagen, auch Lanz ist wirklich, obwohl es ja immer heißt, mit dem zweiten sieht man besser, leider sieht man eben auch mit dem anderen wahrscheinlich komplett blind, jedenfalls politisch, weil hier hat Lanz noch nie recherchiert. Ich wette, er kennt auch die Twitter-Files und all das, was dort rausgekommen ist, überhaupt nicht. Schaut mal, was er hier kurz sagt zum Thema Deep State. Also, Feind von within, ne, Deep State, das gibt's nicht erst seit ein paar Tagen, das gibt's schon seit Jahren, diesen Vorwurf, ne. Spätestens seitdem wir wissen, dass die zweite Amtszeit von George W. Bush nicht Bush der eigentliche Präsident war, also er war der Präsident am Papier, aber der eigentliche Mächtige war Dick Cheney, der Vizepräsident und all seine ganzen Hintermänner, Harley Burton und so weiter, ja. Spätestens seitdem sollte man vielleicht mal so ein bisschen überlegen, ob man nicht auch mal anfängt zu recherchieren und guckt, ist da vielleicht wirklich etwas dran, statt einfach nur den Kopf so im Sand zu halten und immer zu sagen, oh nee, 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 da ist nichts, da ist nichts, ich seh nichts, ich seh nichts, ja. Aber konzentrieren wir uns doch jetzt mal ganz kurz auf die letzte US-Wahl und so. Da wird ja immer vorgeworfen, es wäre alles mit rechten Dingen zugegangen und wenn Trump behauptet, die Wahl wurde geklaut, dann hat das alles keine Evidenz, sondern es ist alles nur Verschwörungstheorie. Nun, konzentrieren wir uns doch noch mal ganz kurz auf die eine Twitter-Files-Geschichte, lieber Herr Lanz, die Sie komplett außen vor gelassen haben, nämlich die Hunter-Biden-Laptop-Geschichte. Und dann empfehle ich Ihnen mal, Herr Lanz, sich auch mal einzulesen hier in das, was das Repräsentantenhaus dazu alles veröffentlicht hat, zum Thema Hunter-Biden-Laptop-Geschichte. Da gibt es nämlich auch einen sehr spannenden Bericht, den verlinke ich Ihnen gerne hier unter diesem Video, Herr Lanz, dann können Sie gerne mal auch reinschauen, denn in diesem Bericht wurde sehr schön dokumentiert und aufgezeigt, wie eben insgesamt bis zu 51 aktive und ehemalige Mitarbeiter und hochrangige unter anderem der CIA zusammen mit der Biden-Administration im Wahlkampf 2020 alles daran gesetzt haben, dass die Hunter-Biden-Laptop-Geschichte zensiert wird. Die hatten auch Mitarbeiter bei Twitter abgestellt und bei Twitter beispielsweise, was ja politisch gesehen eines der wichtigsten sozialen Netzwerke ist, wurde es verhindert, diesen Artikel, der nichts als die Wahrheit ausdrückte, es war nämlich tatsächlich der Laptop von Joe Bidens Sohn, ja, einfach dargestellt hat und es wurde dann verhindert, dass dieser Artikel geteilt werden konnte. Im Oktober, also mitten im Wahlkampf, kurz vor der US-Wahl und dann hat man ganz schnell zusammen, hat sich mit diesem Borrell von der CIA und Anthony Blinken, der damals, also jetzt Außenminister, damals war er noch der Wahlkampfleiter von Biden und so weiter, eben zusammengetan haben, um einen Bericht und so weiter abzugeben und ganz schnell zu sagen, da haben sich insgesamt 51 Mitarbeiter der CIA dann quasi zusammen verschworen, nichts anderes war es, obwohl es auch intern Widerspruch gab, was die Glaubwürdigkeit und so weiter anging, aber hier seht ihr es nochmal, ne, the House Intelligence Committee's work provided us with solid direct evidence that in the final weeks before the 2020 presidential election 51 former intelligence officials coordinated with the Biden campaign, ja, die haben sich dann zusammen verschworen und haben eben gesagt, das ist alles russische Fake News, ja, also man hat hier versucht, aus Russland irgendwie Einfluss zu nehmen auf den Wahlkampf und so weiter und ich bestreite nicht, dass sowas auch aus Russland und so vorkommt, wie übrigens aus anderen Ländern auch, ja, aber in diesem Fall war es eben keine russische Fake News, sondern die CIA hat zusammen mit Twitter und mit Blinken, also dem damaligen Wahlkampfchef von Biden, selbst Fake News verbreitet, indem die selbst gesagt haben, das wären russische Fake News, war es aber gar nicht. Diese Geschichte hätte, wenn sie unzensiert überall veröffentlicht worden wäre, wahrscheinlich einen massiven Einfluss gehabt auf die US-Wahlen, die ja sehr knapp damals waren und jetzt also ernsthaft immer noch zu behaupten, es gäbe zumindest nicht Ansätze eines Deep States, also es gäbe nicht Ansätze einer Verwicklung beispielsweise von US-Behörden, die eben hier einseitig politisch Einfluss nehmen, ist doch einfach nur komplett naiv. Es ist komplett naiv, sorry. Und wer hier seine Hausaufgaben mittlerweile nicht mehr macht, wer hier seine Recherche so so Hanebüchen einfach vernachlässigt, ja, der hat meiner Meinung nach verwirkt, auch von der Öffentlichkeit als ernsthafter Berichterstatter wahrgenommen zu werden. Und das geht insbesondere natürlich an diese Landsendung von gestern.